BZ123A für Blindniete 4,0 bis 8,0 mm Durchmesser. Das universelle Druckluftnietwerkzeug mit sehr großem Arbeitshub. Mit Mundstücken im Geräteboden, individueller Einstellung der Stiftabsaugung und verschiedenen seitlichen Druckluftanschlüssen. Sehr schnelle Verarbeitung auch von hochfesten Blindnietvarianten. Fester Halt des Nietes in jeder Position. Sicherer Transport in der Honsel L-Box aus dem bekannten Sortimo-System.